Das Update ist draußen, der Bentley auch, den haben wir hier schon und heute sind wir als Krimineller unterwegs im neuen Bentley, das zweitschnellste Fahrzeug mit komplett anderem Handling und das müssen wir heute mal ausnutzen und richtig, richtig für überfallen, damit wir das Geld mal wieder reinkommen, bzw. reinbekommen und ich würde sagen, wir starten hier mal rein, let's go! Ich würde sagen, wir überfallen einfach als erstes mal die Gäste in Go, ich glaube das wird direkt schief gehen, weil hier kommen immer sehr viele Polizisten, aber egal, ich habe auf jeden Fall für dieses Video mal den Autostart von den Fahrzeugen angemacht, ah da kommt die Polizei, geil, ähm, ja hallo, SEK, nicht getroffen, belastend, wo ist er? Ah, noch mehr Polizei, ich glaube ich bin ziemlich am Arsch, äh, lass mich, lass mich, lass mich, ach ne, das ist gar keine Polizei, äh, wir fahren einfach mal rückwärtsgang, rückwärtsgang, anscheinend ist er nett, okay, bin ich lucky, wir fahren einfach mal weg, wir konnten jetzt nicht so viel einsammeln, da kommt ein GLC, wie, wie, wie hat er denn jetzt schon wieder Stop 6 in uns drin platziert, oh mein Gott, ich hab den Amarok nicht gesehen, ja, alles klar, wir werden verfolgt vom GLC, ich weiß, müssen aber direkt zum ADAC und, oh mein Gott, das wird so schief gehen, weil das Handling vom Battle ist ja sowieso schon schlechter, also vom Lenken her, und jetzt noch mit Plattenreifen, das wird absolut eine Katastrophe, ich sehe jedoch kein Polizeifahrzeug, das heißt, wir fahren jetzt mal auf jeden Fall zum ADAC und reparieren und dann geht's weiter, ich hab auch ne Bombe, ich würde sagen, wir überfallen das Containerschiffe erstmal, wie viele Polizisten haben das können, wir ja, mal gucken, 14 Polizisten, interessant. So, wir haben unseren Bentley repariert, ne neue Farbe weiß, und ich würde sagen, oh mein Gott, das ist das SEK wieder, ähm, der platziert Stop 6 vor uns, alles klar, gut, hat drei Stop 6 platziert, das heißt, es geht nicht mehr mehr, hat er Stop 6, ähm, das sind keine Stop 6, das, also das ist jetzt belastend, der hat Polizei aber Sperrband genommen, ja genau, ähm, da wir jetzt weiß sind, würde ich sagen, fahren wir hier mal aufs ländlichere Gebiet, weil da sind wir halt vom Schnee so ein bisschen geschützt, wobei erstmal machen wir das Containerschiff, danach überfallen wir mal den Farm Shop, weil wir sind hier vor Rui, glaube ich, relativ gut geschützt durch den Schnee, also weiß auf weiß, ich glaube, das kommt gefährlich. Also ich muss sagen, ich finde den Bentley sehr, sehr nice, ähm, genau, wir können auch im Notfall mal mit dem Zug flüchten, also ich finde den Bentley sehr, sehr nice, aber die Steuerung ist halt, glaube ich, bis jetzt die schwierigste, finde ich, weil die halt unberechenbar ist, weil manchmal reagiert die halt gar nicht, da fährt man mit 2 kmh um die Kurve und kommt trotzdem nicht rum, manchmal reagiert die so übersensitiv, dass man halt komplett weggerüftet, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, wir haben auf jeden Fall ein G36 und ein Sniper dabei, natürlich die Schlagringe und überfallen doch nicht das Containerschiff, schade. Ich glaube, wir werden von der Polizei verfolgt, wir müssen mal über eine rote Ampel fahren, um das mitbekommen zu können, ah ne, es ist so spät, ne, ja gut, da gibt es keine roten Ampeln, aber wir fahren hier mal voll, ganz durch den Blitzer, weil hier ist da einer, bzw. sie lassen ihn durch den Zug abdrängen, ne, das geht leider nicht, aber wir fahren volle Kante durch den Blitzer, um zu sehen, ob er Polizei ist, ja, ist Polizei, okay, und verfolgt uns auch, okay, das wird natürlich jetzt wieder sehr spaßig. Ja, da ist die Polizei, geil, auf jeden Fall, wir haben Probleme, weil wir wurden gerade mies angehittelt, ja, ich muss mal aussteigen, ah, hier können wir ja gar nicht rüber springen, einmal ein Cookie nehmen und dann mit einer Leiter hier irgendwo hoch, ja, da kommen wir glaube ich gar nicht mehr hoch, aber dass wir hier irgendwie, also kommen wir da hoch, ich glaube nämlich nicht, Hoffnung stirbt zuletzt, ne, wir kommen da, wobei, äh, ich bin fast down, ja, ich, ich distanziere mich sowas von, oh mein Gott, nicht auf mich schießen, ihr habt keine Schusserlaubnis, soll ich nur anmerken, äh, ich muss einmal ganz kurz Cookies reinnehmen, das ist mit dem Dach mal eine schlechte Idee, äh, du hast keine Schusserlaubnis, äh, Taserlaubnis hast du vielleicht schon, hier ist Polizei, ähm, der ist down, ja, was soll ich machen? Oh mein Gott, einmal getroffen, nicht getroffen, ja, der eine ist da mit Taser gewesen, nicht getroffen, einmal getroffen, Headshot, hat jetzt eine MP5 ausgerüstet, geil, ne, G36 sogar, ja, noch besser, wo ist er da hinten, da, nicht getroffen, ja, und er hat mich jetzt von rechts geholt, ja, das ist sehr schlecht, ja, kann ich nichts machen, also hätte ich schon machen können, ich hätte von Anfang an, anders rangehen sollen, warum wollte ich da aufs Dach gehen, also sorry, das war schon, das erste, das war das Schlimmste, weil, ne, da hätte ich nicht hochgehen dürfen, weil dann hätte ich es vielleicht anders geschafft, aber so, keine Chance, also nicht direkt zumindest, ja, wir werden wiederbelebt, die Polizisten kommen jetzt aber zu uns, schade, ich hatte kurze Hoffnung, ne, kommen aber leider zu uns, ich habe das Gefühl, die Schrift ist kleiner geworden, also hier unten und auch beim Handy, kann sein, ist mir aber jetzt auch relativ egal, weil wir jetzt festgenommen werden, wir wurden wiederbelebt, werden jetzt aber direkt festgenommen, leider, schade, Marmelade, so, wir werden jetzt festgenommen, schade, 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 und das war's mit uns, es geht ins Gefängnis, in 3, 2, 1, rein, oder? So, wir sind frei, müssen nur kurz vor der Polizei bauen, weil hinter uns sind, glaube wir, ein oder zwei Polizeifahrzeuge, aber, ja, ne, wobei jetzt nur noch einer, ich sollte vielleicht nach vorne gucken beim Fahren, und nicht nach hinten, ja, ich bin immer noch auf der Flucht, bin jetzt morgens, mein Fahrzeug ist kaputt, was ein toller Mensch, so, so, wir sind wieder beim Dealer angekommen, holen uns wieder Schlagringe und ein G36, jetzt bin ich wieder arm, hab nur noch 335.000, finde ich super, und der GLC ist wieder da, paar mal gehittet, ein Platte Reifen, ja, steigt aus, müssen wir weg, möchte Tasern, ist in meinem Fahrzeug, ne. Noch ein Reifenplatz, schießt auf mich, äh, wir sollten hier mal vielleicht weg, weil der nur auf mich geht, ist im Fahrzeug, wir geben Backup, ein Header, und einmal, glaube ich, äh, Robin getroffen, da ist er, möchte mich täsern, I guess, ja, schafft es aber nicht, schade, ne. Ne, leider nicht noch ein Reifenplatz, wir können gefühlt schon wieder direkt nachfüllen, haben nur noch 2 Magazine, verfolgen ihn jetzt einmal kurz, für die Stop-Six eben, wo ist er hin? Ja, Conny für Unfall, da ist er. Einmal gehittet, Fahrzeug ist, glaube ich, kaputt, gut, hat nur noch ein Magazin, das ist nicht so gut, ja, hat jetzt auch nur komplett platt Reifen, ähm, ist das Polizei-Backup? Ich hoffe nicht, weil dann bin ich jetzt echt, ja, das ist Polizei-Backup. Äh, woher kommt er denn jetzt? Ja, jetzt wurde ich von einem Crime-Down gemacht, oh mein Gott, wie kam, oh mein Gott, ne. Ich wurde jetzt nicht ernsthaft vom Crime geholt, oder? Ne, ich glaube, das war nur aus Versehen. Hoffe ich zumindest, und zwar es sah so aus, als wenn der Crime auf mich geschossen hat, aber keine Ahnung. Alles klar, einer ist down, wir haben auch keine Muni, wir müssen mal gucken, ich glaube, der nächste, ja, der nächste Dealer ist erst wieder da hinten. Bei der Baustelle müssen wir mal hier nachfüllen, wir verballern noch die letzte Munition, und dann ist vorbei. Ich habe schon eine Bluttranslusion, eine normale Infusion, würde ich gerne nehmen, Sol hinter dir, ist ja mit dem Taser übrigens. Falls du es nicht mitbekommen hast, okay. Das war es dann auch mit Sol, ah, Nightbot. Super Nightbot. Cool, Stich, Nightbot, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, sowas von. Ich brauche eine Energy. Werde ich verfolgen? Nee, da ist Nightbot. Hat ein paar Hits bekommen, Rechtspolizei. Ah, da sind Sniper-Schüsse vom SEK. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang, Hauptsache irgendwie weg. Ja, wir fahren jetzt aber zum Dealer nachfüllen. Der schießt auf mein Fahrzeug, glaube ich, kriegt es aber nicht hin. Doch jetzt. Da ist noch ein anderer SEK. Interessant, DLK, wo fährst du? Warum hubst du mich denn an? Wo möchtest du denn hin? Nee, lass mal, lass mal, lass mal. Rückwärts. Wo möchte er jetzt Stop-Six platzieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich bin stuck. Ich bin stuck, ich habe keine Munition, ich bin stuck. Ja, möchte mich so festnehmen. Ja, was soll ich machen? Ja, äh, daneben, ich kann nicht springen. Äh, 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 ja, ich bin eingeparkt. Ja, was soll ich machen? Ja, ja, ich bin festgenommen. Ja, das Problem ist, ich war halt komplett stuck da drin und kam deshalb nicht mehr weg, hatte keine Munition, um irgendwas zu machen. Wir werden festgenommen, ans Gefängnis übergeben, super duper nicht. Alles klar, Robin wurde jetzt festgenommen von irgendwem, keine Ahnung, von irgendeinem Random. Finde ich auch wieder sehr interessant. Ja, ich werde durchgehend von Polizeileiter verfolgt, das heißt, ich kann jetzt auch nichts mehr überfallen irgendwie. Ist auch nicht so prickelnd, finde ich. Ja, durchgehend sind irgendwelche Fahrt, guckt ihr das an, guckt euch das an, ganz ehrlich, ich fahre hier einen Meter, direkt ist wieder ein GLC hinter mir. Schaut euch das an, es ist so gottlos, wirklich. Der Juwelier wird jetzt auch überfallen, wollen wir uns da anschließen, ich weiß nicht, wir können hier mal reinluschern und gegebenenfalls so eine Vitrine hier mitnehmen, wenn eine offen ist. Schlägt da noch eine auf? Ja, schlägt da eine auf. Wir setzen uns mal unauffällig hin, oder stellen uns hier unauffällig hin, machen aber nichts, würde ich sagen, wobei, doch, wir nehmen hier einen mit, unauffällig, und noch einen zweiten, und dann kommt, ja, man wird durchgängig von irgendwelchen Leuten weggekämmt, ganz ehrlich, mich durchgehend verfolgen. Es ist eigentlich so lächerlich, wirklich. Naja, ich würde sagen, das mit dem heutigen Video, weil ihr seht, hier sind schon wieder so viele Polizisten, und die sind hier nicht einfach nur, weil sie gerade wen weggebracht haben, sondern, ja, naja, egal. Wie auch immer, es ist halt unspielbar, weil gerade da einfach Polizisten durchgängig da sind. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Ich würde sagen, Bandly ist sehr, sehr gut, finde ich. Naja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.